Hey Leute, heute sind wir mal wieder im BIO2 Alles klar, ja heute sind wir mal wieder im BIO2 Heute werden wir mal wieder ein YouTuber vs. Zuschauer machen Mit dem Sarpen Schwitzer Bei mir lecken Feinbar, was hast du für eine Leitung Feinbar Alles klar Wiss ich jetzt an mir kann es nicht liegen Weil gerade mein Internet alles gut ist Ich mach kurz mein Handy WLAN Ich glaub das ist gut Okay, ich warte Ich kenne dich nicht, Feinbar Gehts besser Ich weiß nicht, was nicht mal WLAN los ist Wirst du trotzdem spielen Oder wir wollen mal lieber niemand anderen spielen lassen Am besten erstmal jemand anders Okay Aber ich möchte kein Laskill sein Deswegen warte Warte Okay Okay Jetzt einmal teilt das anders gehen was geht was geht was geht ich habe ich habe Payne, geh rüber, sag Schwitzer, geht die ÖD-Kaste. Payne, geh rüber, komm, komm to me. Weil mein Internet gerade nicht gut ist. Gut. Okay. Ich gucke, wie lange dein Video wird. Du machst, dass ich schon eine euch rein. Mach das, mach das, mach das. Hey, das ist die ÖD-Kaste, da hört euch, ja, heute euch doch eh nicht. Also, ey, kleine Info an dich, ich nehme gerade auch, okay? Ja, ist okay. Okay. Hm. Viel Glück, ne? Digga, warte, nicht töten. Ich habe gerade chinesisch gegessen, ne? Irgendwie rutscht jetzt richtig mehr Controller. Alter, warte. Ja, wir haben gerade gerade noch 2 Asiaten oder Chinesen. Asiaten. Ich habe mich von einfach aus. Ne, ich, ich freue mich da auf, ich esse immer so Fleisch, ne? Ist ja klar. Und Pommes dazu, ne? Weil mal, es gibt keine Pommes dazu. Pommes ist weg. Was muss ich machen? Hol mir da erstmal, ähm, eine Ente mit Reis, mit Frühlingsrollen und, äh, solche Krabbenchips. Bestimmt riecht ihr oft von da. Und dann habe ich daheim mir noch Pommes gemacht. Ne, ich bin gerade so voll. Ne, ich habe immer noch ein wenig. Krabbenchips esse ich nachher. Ich weiß aber nicht drauf. Von abgeschollen. Hm? Wie bitte? Ich lebe hier von abgeschollen. Was? Da war nicht drauf. Okay. Ist Hartz-Kob erlaubt? Nein. Nein. Wenn ich mal Hartz-Kob, das ist eine Ausnahme, aber wenn du Hartz-Kobst, das ist richtig. Ich, haha. Das war so unfair. Hm. Erhut raus, Alter. Achso. Weg bist du. Was? Bist nicht weg? Okay. Du Hacker. Weit ist eigentlich noch, äh, kennst eigentlich noch diesen einen, der dich geklappt hat. Ähm. Der immer auf Bierbreen gemacht hat. Wo was gemacht hast? Was von meinem Video, oder? Ja, ja. Ähm. Dieser eine, der Typen vieles gemacht hat, wenn ich nicht mal gespornet habe. Ja, der eine, der, der, der beleidigt hat, ja. Ich weiß nicht, wer du meinst. Der, der beleidigt hat, glaub ich. Das Video ist so, er, äh, er beleidigt mich im Wann, was ist das Wann oder irgendwie so, oder? Ja, 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 ja. Ja, ja. Also können wir noch dran erinnern. Ja, ja, ich hab' nicht so viel Zeit in der Woche. Ich, ich nehm' alle Videos immer am Wochenende auf. Ja, ey. Okay, jetzt hab' ich Ferien. Zwei Wochen, deswegen. Ja, Leute, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon eine Woche oder zwei rum. Vielleicht beginnt es gerade erst wieder, wenn ihr das Video hier seht. Keine Ahnung. 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 Kann ich verstehen. Wie lange habt ihr denn Weihnachtsferien, von wann bis wann? Ähm, ich glaub' wir haben den 6. Januar oder so. Und wie lange hast du schon? Ich hab' erst zwei Tage oder so weiter. Ja, ich musste heute noch in die Schule. Also, bei mir ist es so eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. So heißt es, ne? Ich hab' Montag, Dienstag, Berufsschule und ähm, ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag entweder Praktikum oder ich muss dort absitzen bis 6. Also, ähm. Ja. Für, für, für heute auch schon früher gehen. Hehehe. Hehehe. Ah, jetzt komm' hier! Was macht ihr hier eben? Spawntrappen. Ne, ich mach' meinen Spawntrappen-Modus an. Das war nur einmal gemacht, aber okay. Das reicht, um dich abzufacken. Hehehe. Oder sowas wie Spawntrappen. Das passiert meine Wette nicht mal. Hintmarker. Dort die dicke Wand. Hintmarker und meine ganzen Büsche war voll im Blut, Alter. Bei mir blutet immer alle. Alles, wo ich anschließend blutet. Hehehe. Okay, ja. Das verstehen wir die Älteren ein wenig. Hehehe. Was? Das klingt gut. Das klingt gut. Ich hab's schon gemeint, das ist rot, ja. Ich kämp' jetzt halt hier auf dem Boden, liegen mir den Arsch ab. Und was bis du kommst? Weeeee. Ich hab' eine Redbox, ne? Ich weiß, was du gerade da hinten lauerst. Ja, ja. Die Kamera war nicht. Ja, ja. Ja, ja. Das kann ich auch. Ich kann sagen, du lebst vorne. Kein Mensch weiß, wo vorne ist und wo hinten ist. Oh, du gehst hoch. Okay. Oh, der hüpft runter. Wie süß. Hüpft, Raúl. Mann. Achso, du hast doch mal irgendwie so ein Video, wie du da hast. Das geht irgendwie so ein Foto. Du erkennst immer, ob die oben sind oder unten. Oh, du erkennst immer, ob die oben sind oder unten. Ich hab' das sehr lange her. Ich hab' mich noch an sowas ähnliches erinnern. Und jetzt komm' mal herriger. Ich war's hier keine Stunde herftig. Das Video geht schon 8 Minuten. Perfekt. Sehr lieb von dir. Er sitzt da wie so kleine Go. Er merkt schon. Der kommt ein großer Auftritt. Hallo. Das war so für mich, weil der an der Seite eine Leiche nackt. Ich dachte, du liegst auf dem Boden. Aber ich dachte mir, hä, so dumm ist der doch nicht. Da hieß der. Das war so richtig verswörend. Er ist gestorben. Leute, schaut mir bitte nicht rein, du drecktes Camp oder so. Das mach' ich jetzt auch spannend. Online werd' ich niemals zu zocken. Das mach' ich nur, weil er mich darum gebeten hat, Leute. Jaaaa! Hab' ich süß. Dieses Gespräch möchte ich nochmal gerne aufgezeichnet haben. Hallo. Kitz. Hey! Hast du Pigs, Pigs? Ich habe keine Pigs, Pigs. Hast du meine Pigs, Pigs? Lass mich r金isiin. Ohohohohoho. Hast du eine? Hm, 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 hm. Ich kann so mir einen ausgelaufen sein, hm. Und entspricht de haze Fendi. G ahí geil. Von peer- Çünkü Dingen, hm. er geht wieder hoch hast du schon mal was von einer gejailbreakten ZU gehört? oder wie? Nö Entzug Nein Entzug 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 Ich bin auf P4 Ich mache heute eine P4 an Sonst geht es in WW2 Gezockter WW2 Ok Ok ähm Weiter Und das war's du Das war's ich Das war's ich Komm sing weiter Oh nein Hey Wer ruft mich jetzt an? André? Ja bekomme ich warte Ja 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 was gibt's? Ähm Ich schlieb dann das mit einer PC an Die Controller Den USB-Stick reinschieben Und dann schauen ob's geht Wenn's nicht geht dann musst du dir einen Treiber Äh Treiber Ich hab dir ein Programm runterladen Ich hab dir ja gesagt wie du es online in YouTube anschauen kannst Wie man das macht Wird er ja an Bange Wenn ich jetzt einen Treiber installieren muss Ich weiß nicht ob das mein Bruder erlaubt Du musst dann halt fragen Ja Illti 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 Kann ich zocken jetzt mit einer Hand weiterkommen Was Weil du ihn 3 instellieren musst du das Vielleicht wenn das jetzt nicht geht Du musst dir erst mal schauen ob's geht Ja warte Weil du 3 instellieren musst du dann ab 3 mal Warum halte ich die überhaupt Die kannst du einfach weglegen Ich spiel doch mal Ey André außerdem Hallo Du bist grad in dem Video von mir es ist ja was er am Schluss also mehr für naja perfekt nett du bist in Minute 9 hast du angerufen oder 10 von 11 Minuten 50 passt doch jetzt kannst du Werbung für den Kanal machen also eigentlich innerlich meiner keinen Spaß einfach eingeben ps3 controller mit pc verbinden punkt das war's und dann einfach das erste oder zweitbeste video anklicken und dann gehst du da rein das ist irgendwie so ein mehrfach controller es geht für xbox ps3 ja oder was ja warte mal schnell leute bevor jetzt das video zu lange geht weil das dauert immer sehr lange zum hochladen und ich habe jetzt eh ferien deswegen muss ich meine freie zeit opfern weil normalerweise lad ja immer videos hoch während dem ich in der schule bin in der berufsschule meistens wohnt oder dienstag deswegen tut man leider es jetzt abbrechen muss wahrscheinlich ich vermute mal das wäre so 35 15 am schluss gewesen oder was sagst du dazu pain was ja äh leute weil sonst das dauert wirklich sehr lange zum hochladen aber das wäre es dann damit mit dem video gewesen gebt auf jeden fall einen daumen nach oben wenn es euch gefallen ist